Hallo Leute, es geht weiter mit Spore. Wir haben gerade noch eine kleine Nachricht bekommen. Die Welt auf dem Planeten Winn im Armeer-System ist das Opfer einer Katastrophe. Das heißt, wir sollten so schnell wie möglich hinfliegen und uns helfen. Denn feindliche Ufos überfallen den Planeten. Das ist nicht gut. Kapitän, wir brauchen deine sofortige Hilfe. Außerirdische Piratenstreitkräfte haben den Planeten Wien angegriffen. Sie plündern die Gewürzvorräte. Sie kommen so schnell wie möglich zum Planeten Winn im Sterbensystem Armeer, bevor sie mit all unseren Gewürzen fliehen. Bitte beeil dich. Okay, let's go. Retten wir unseren Leuten mal den Arsch. Und direkt mit Waffen ausrüsten hier, würde ich sagen. What? Ich habe den Tag gerettet, okay. Ich habe zu noch nichts gemacht, aber ich habe den Tag gerettet. Auf der Map werden die mir hier irgendwo angezeigt. Da! Zerstören wir das Schiff. Ha! Wir haben ihn erwischt. Wir haben den Piraten vernichtet. Und er hat was fallen gelassen. Und er hat Geld fallen gelassen. Yay. Wuhu. Wiegen wir mal kurz zu unserer Kolonie und gucken mal, ob wir da vielleicht die Gewürze direkt mitnehmen können. Die nehmen wir aber nicht auf dem Weg mit. Das ist nicht so günstig normalerweise. Blablabla, blablabla, aber du kannst mir die Gewürze so mitgeben, mein Freund. Und let's go. Damit wären die auch gerettet. Da haben wir uns darum erfolgreich gekümmert. Habt ihr vielleicht eine neue Mission für uns, Leute? Äh. Schade. Okay. Keine neue Mission. Dann würde ich sagen. Wir waren noch dabei, unsere Beziehung mit einem anderen Reich zu verbessern. Und uns anzufreunden. Kümmern wir uns darum. Ihr seht ja auch den Handelsfortschritt. Wie lange es noch dauert, bis wir das Ding kaufen können. Wie ihr seht, dauert noch einen Moment. Aber hey. Hi. Okay, die wird uns auch nicht besonders viel für das Gelbe. Aber wir können das rote Gewürze mitnehmen, denn wir kriegen mehr drüben als hier. Als wir bezahlen müssen. Wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Hoffe ich. Hast du eine Aufgabe, Boah? Wir waren es nicht. Oder doch? Egal. Wir erwähnen uns nicht. Jedenfalls geht es um folgendes. Witze erzählende Roboter, getarnt als Einheimische, wurden auf dem Planeten Ored ausgesetzt. Äh. Nur so aus Spaß. Aber es gab bei diesem Programmierfehler. Und jetzt müssen wir die Droiden wieder entfernen, bevor sie den Planeten übernehmen. Okay. Klingt gut. Ich glaube, ich kann helfen. Jaja. Vermutlich hast du recht. Äh. Das Unrecht sollte wieder gerade gerückt werden. Also schön. Knallt den Schwindel an eine von Latz. Aber lass die normalen Bürger in Ruhe. Nein. Denen darf nichts passieren. Und was ist, wenn alle in Panik geraten? Eine Bürgerschaft in Panik ist immer ein heißes Eisen. Doch verzeige nicht. Die Lösung liegt schon bereit. Überziehe das Volk ganz einfach mit einer großzügigen Dosis deines Gehirnwäschelstrahls. Hast du einen? Ja, mein altes Sprichwort. Was du nicht weißt und nicht riechen kannst, macht dich nicht heiß. Ha 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 ha. Ein Schenkelkopf war so erfrischend. Du kriegst 30.000 Spawns, oder? Okay, tun wir das. So, ciao. Machen wir uns direkt auf den Weg. Ein neues Reich entdeckt. Erkläre deine Anweser, dass du Spawns auserwählten. Dann wir fliegen erstmal dahin und sagen Hallo. Hi. Was up? Besucher ohne Erleuchtung. Du bist hier auf dem Planeten des mächtigen Intima Dando Reiches. Wer vermutet, du bist du? Vielleicht akzeptiert das Intima Dando Reich dich. Ich gehöre zu Tum des Maximus Species. Ich komme in Frieden. Sehr gut, das hat geklappt. Nehmen wir doch auch mal hier eine Quest auf. Vor langer Zeit in der frühen Geschichte unserer Species galten Zepter-Arthefakte als heilige Relikte. Wir müssen herausfinden, ob sich das noch mit Spawns Wort vereinbaren lässt. Die Zepter-Relikte müsste in unserem Stellensystem beschaffen und zu Studienzwecken zum Planeten Brianus gemacht werden. Okay. Oh, 60.000 Spawns, das klingt doch gut. Werden wir uns dann bei Gelegenheit drum kümmern. Aber erstmal kümmern wir uns um die andere Quest. Wir sollen Leute auf dem Planeten Garlok umhauen. Der befindet sich in der vierten Phase, wie wir sehen können. In der Zivilisationsphase. Von daher, ja. Wird das schon machbar sein. Die können sich wehren gegen uns. Aber werden es nicht groß tun, denke ich mal. Radar, gehst du an. Vielleicht, eventuell. Hallo, Radar. Aber man merkt, die sind hier fleißig am Handeln. Irgendwie springt mein Radar gerade nicht an. Mein Radar sollte mir eigentlich sagen, wo die Infizierten sind. Ich könnte fies sein. Ich habe mich gewürzt geklaut. Egal, wo sind die Infizierten? Wo sind die? Ne, nicht die Infizierten, sondern die Roboter. I don't get it. Ich fliege gerade nochmal aus dem Planeten weg und fliege wieder hin. Vielleicht klappt es dann. Gerade ist das nicht besonders erfolgreich, meine Suche. Schauen wir einfach mal. In die verschiedenen Städte rein. Irgendwie finde ich hier niemanden. Das ist doof. Manchmal sind die Quests wohl ein bisschen buggy, leider. Hm. Schade. Immer schwer, stellen Sie mich. Wir sind auch nur hinten Ored, oder? Nicht. Doch, sind wir. Hier sollten die Viecher eigentlich sein. I don't get it. Okay, Quest verpackt. Schade. Das finde ich immer ein bisschen sehr schade, wenn man sowas dann hat. Weil ich dann tatsächlich eine Quest nicht erledigen kann. Aber ich würde sagen... Dann gewidmen wir uns noch der anderen Quest. Ach, du heilige Scheiße. Ach, du heilige Scheiße. Ganz schönes Stückchen. Wir fliegen erst mal hier hin und sagen Hallo, wer auch immer da ist. Okay, das ist Prianos. Die kennen wir schon. Das sind dieselben. Gut, dann fliegen jetzt erst mal auf... Nein. Ah, doch, hier ist was. Aber nicht, dass von da ich es suche. Egal, ich bin verwirrt. Yay. Nein. Ich habe immer wieder so eine Scheiße. What? What? Du hast einen unfruchtbaren Planeten entdeckt. Unfruchtbare Planeten können eine kleine Kolonie am Meer. Du kannst aber auch den Terror-Score erhöhen und dann einen gewinnträchtigen Raum haben für dein Reich anrichten. Klingt doch nach einem Plan. Aber deswegen bin ich nicht hier. Ich bin hier, weil ich was suche. Weil ich ein Signal anfange. Da. Artefakt. Eine blaue Druse. Okay. Was auch immer das sein soll. Hier, das Ding habe ich gefunden. Gut. Finde ich gut. Sehr nett. Dann fliegen wir hier hin. Auf welchem Planeten? Hä? Moment. Ich bin gerade verwirrt. In welchem Sternensystem sind wir denn gerade? Wir sind noch... Tag. Bin ich schon viel... Ich bin blind. Moment. Unsere Mission. Achso, ich soll die hier abliefern. Okay, das erklärt's. Ich bin... Ach ja. Verpeiltes Tumlu. Ist immer wieder gut. Und ich habe eine Idee. Nein, achso. Das war die Quest. Schauen wir mal nach da. Und ganz kurz nach, ob die vielleicht jetzt da sind. Weil wenn nicht, dann muss ich die Quest leider sein lassen. Rückwahlkarte. Bringt mich mit einem einzigen Sprung zurück in ein Heimatsystem. Stimmt. Das gab's ja auch noch. Das war ja auch ganz praktisch. Unsere Bonusfähigkeit quasi. Egal. Dann, ähm... Kümmern wir uns jetzt um die Quest. Und hoffentlich finden wir auch was. In unserem Heimatsystem sogar. Nicht in unserem Heimatsystem, sondern in so einem Koloniesystem. Auf dem Planet... Moment, Moment. Zurück, 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 zurück. Du verkaufst dir jetzt nämlich das orangene Gewürz. Oh, ein Sigma-Flardner. Oh, ein... Oh, das funktioniert doch schon mal gut. Und fliegen wir bei Gelegenheit wieder zu unseren Nachbarn auf der anderen Seite. Die uns das Zeug so günstig verkaufen bei unseren Tools. Und holen uns da neue. Aber erstmal... ...wird's Zeit, das jetzt zu suchen, was auch immer es ist. Au. Das hat weh. Wir haben das erste Zepter-Artefakt. Wuhu. Nochmal schlechtert Gewürz mitnehmen. Zurück nach... ...da hin... Hä? Da. Da hinten hin. Das ist ein großes System, weißt du. Und hier gibt's Stuff. Kommt mal ein Zepter-Artefakt. Los, 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 los. Mjum. Let's go. Au. Komm schon. Jawohl. Aber hier gibt's noch was. Tatsache, da ist noch was. Nein, mein Lagerraum ist voll scheiße. Ich merke mit dem Planeten hier. Und verkaufe die beiden Sammeldinger noch. Ja, verkaufe ich's? Nein, ich schmeiße irgendwas vom Tempel. Ich brauche einen größeren Laderaum. Mano. Okay, ich hoffe, ich... Ich hätte dann bei Gelegenheit mal schauen, womit ich den neuen größeren Laderaum freischalten kann. Der wäre echt nützlich gerade. Aber okay, äh, schauen wir mal weiter. Wir haben jetzt zwei von drei Artefakten. Oh Gott, da ganz hinten. Hilfe. So und so. Äh. So geht's. Okay. Oh, fuck. Mein Ding ist fast leer. Mein Antrieb. Forscherplakette. Wir können jetzt das Gelände verändern. Das brauchen wir nicht unbedingt. Wir haben 15 Sonnensysteme erforscht. Äh. Warte, wir sind in... Ist das hier im Falsch... Hä? Nein, das ist das hier. Sla. Franjova sollen wir untersuchen. Okay. Da. Jetzt. Haben wir gefunden. Okay. Und dann geht's zurück ins Heimatsystem. Erstmal aufladen alles wieder, würde ich sagen. Aber es dauert jetzt zum Glück ein bisschen länger, bis das komplett voll ist. Damit haben wir alle drei. Alle drei Zepter-Artefakte. Und raus. Hier kommt dann hoch, 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 hoch. Let's go up. Zum Heimatsystem. Schnell. Unsere Energie ist fast leer. Komm schon, komm schon, komm schon. Puh, das ist doch fucking close. Ja, ja, ja. Das machen wir bei Gelegenheit alles. Das Gewiss holen wir mal anders noch. Erstmal liefern wir jetzt das ab, was wir gerade bekommen haben. Dahin. Und... Abschließend darüber. Brianus, wir kommen. Hi. Lieferung abgeliefert. Sehr gut. Das hat ordentlich Geld gegeben. Beziehungsweise haben... Ja, hat's. Die andere Mission ist leider... Beziehungsweise das Geld kriegen wir jetzt erst. So rum. Ich bin... Bin mal wieder schön verpeilt. Die andere Mission ist leider fehlgeschlagen. Aber die haben wir geschafft und kriegen dafür jetzt Geld. 60.000 Spore-Dollar. Was handelt ihr denn? Die verkaufen uns die Sachen auch recht billig. Das ist sehr gut. Gesundheit zum Beispiel. Hätte ich gerne und eigentlich... Brauchen wir erstmal das Ding. Und den Rest sparen wir uns erstmal auf. Den brauchen wir nämlich nicht unbedingt. Aber... Auf... Zu... Den... Troglodi. Sorry, konnte auch nicht helfen. Ich würde sagen, wir nehmen das einfach mal wieder mit. Das hat hier gut geklappt. Das hat hier gut Gewinn gebracht. Und... Ähm... Mal schauen. Wir reden mal mit denen ein bisschen. Vielleicht mögen die uns ja dann bald mehr. Und wir können uns mit ihnen verbünden. Und wir können das Gewürz hier verkaufen. Mission. Unser hochgeschätztes Zepter... Blablabla... 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 Neue Quest. Wir haben nur das begehrte Zepter für... Entschuldigen, Zepter. Blablabla... Der Plan... Äh... Der Stern ist zwei bis drei Parsec... Von der... Von Karmus entfernt. Planet heißt... Schamkäsler. Okay, wir müssen nicht... Wir wissen nicht, wie der Stern... Der Stern ist. Schamkäsler. Okay... Ich glaube nicht, dass wir der schon... Also irgendwo in diesem Bereich wird der wohl sein. Da vielleicht? Nein. Zwei bleiben noch, glaube ich mal. Komm schon. Gib mir diesen Planeten. Ich will mich verarschen. Wo soll der sein? Da ist es nicht. Da vielleicht? Ja, da ist er. Skarmesler. Und zwar auf dem hier hinten, wenn ich das richtig sehe. Genau da ist er. Sehr schön. Wir haben den Planeten gefunden. Fuck yeah. Dann holen wir mal... Unser... Unser Zielobjekt raus. Wir haben es aber alle mit ihren Zeptern. Wir haben es. Und das müssen wir nur schnell zurück. Da habt ihr wieder Geld einsacken können. Wuhu. Let's go, let's go, let's go. New. New. Hi. Wir haben es geschafft. Jetzt sind wir im grünen Bereich. Fuck yeah. Hey. Wollen wir uns verbinden? Jawohl, es hat geklappt. Okay, können wir noch was anderes fragen? Wie wäre es mit einer Handelsroute? Okay. Jetzt haben wir auch hier mit einer Hand... Oh, neue Plakette. Laufbursche. Oh, sehr geil. Der Interstellar Antrieb 2. Das heißt, wir können weiterfliegen. Den müssen wir uns schnell kaufen. Noch eine Plakette. Der Pneumat. Und ein neuer Rang. Das ist doch mal ein guter Abschluss für den Part. Denn ich werde jetzt gleich einen Cut setzen. Ich gehe jetzt noch kurz zurück zum Heimatplaneten. Hier ist ein Commodore Gretz. Oh, wir können uns jetzt einen Verbündeten mitnehmen. Sehr geil. Und wir haben noch... Wir haben drei Plaketten mit einer Quest erhalten. Warum nicht? So, das sind unsere Verbündeten. Mit denen wir beide eine Handelsroute haben. Fliegen wir nochmal kurz heim. In die Heimat. Und schauen... Ob wir nicht irgendwo einen Interstellar Antrieb finden. Mit Bering. Wie kostet der? Bei dir kostet der 150. Hier, nimm die Gewürze. Ich hoffe, der kostet hinten nicht so viel. Bei dem anderen. Bei unserem anderen Nachbarn. Da unten der. Weil ich gehe irgendwie davon aus, wir haben ja anderen Stuff so billig bekommen. Dann kriegen wir vielleicht noch das billig. Hoffe ich zumindest. Komm schon. Und der wollte die... Wenn nicht, wollte er zumindest die gelben haben, glaube ich. Ja. Okay, der verkauft den leider gar nicht. Schade. Aber okay. Gucken wir nochmal kurz weiter. Weil ich will dieses Ding haben. Und so schnell wie möglich. Dann müssen wir nicht mehr so viele Umwege fliegen. Vielleicht hier. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Bitte, 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 bitte. Nein. Okay, wir fliegen zum Heimatplaneten und machen es da. Ja, ja, ja. Komm schon, interstellar Antrieb. Bitte, 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 bitte. Und natürlich aufladen, wenn ich schon dabei bin. Ach so, jetzt haben wir die Quest natürlich erledigt. Äh, aufladen, komm schon. Interstellar Antrieb 2. Objekt kaufen. Wuhu. Dann würde ich sagen, nehmen wir beim nächsten Part dann vielleicht mal eine neue Quest an. Schauen wir uns ein bisschen weiter um. Aber jetzt würde ich erst mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Okay, noch nicht ciao, wir haben nochmal eine Prakette bekommen. Jetzt bis zum nächsten Mal. Ciao.